ja hey willkommen mein name ist dann die wlp und spiel grüßt euch zurück zu let's play kingdom a2 final mix ich will da ich nicht rein ich will da ich nicht rein ich kann den ganzen feinen da drin nicht leiden aber es muss ja irgendwann mal gemacht werden und ich hoffe wirklich wir haben alle seiten war sonst weil sie nicht sonst an der lege geben zu machen werft ein mikrofon durch fenster keine ahnung aber ja wir haben in der letzten folge atlantica abgeschlossen und jetzt bleibt noch bruce bilderbuch und ich hoffe wirklich ich hoffe wirklich dass wir alle seiten haben wir sind weil ich nicht was ich tue wenn ich alles platziert werden mal weiß einer 1 2 3 4 3 5 ok gut ich glaube wir haben alle würde ich muss aber noch mal da rein weil da gibt es noch ein paar glücker puzzelstücke meine ich nicht die kann man wieso will ich machst die kann sagen da ist auch schon ich denn schon sehen da hat haben wir aus hier würde ich am liebsten sagen aus der gesamten welt aber ja ich werde ich wissen sie die mini spiel halbwegs besser als im ersten teil oder ein chain of memories so jambar dingens keine ahnung baum ja hey was wrong sunny oh was just thinking and and wondering you should be ski dadlin out of here why 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 because it's winds day of course wens day oh well then happy wens day no i think i should wish everyone a happy wens day okay also ich bin hier ich freue mich jetzt eine sekunde in dieser welt und dann die qual ist eine dicke kiste ja ich glaube die sachen die man hier kriegt sind schon nicht schlecht aber trotzdem schutzengel ja 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 damit warum er als der kommando hier entschlagen verstehe ich dazu gewalt ist angriff irgendwie zu gewalttätig hier oder was soll wieder in sicherheit dank dir so da kommt ja wo der fehlt nichts hoch hallo schön euch kennenzulernen fröhlichen winstag schön uns kennenzulernen aber ich bin zwergel erinnert sich nicht an mich und habe ich auch nicht wir sind freunde sind wir das irgendwie kann ich mich nicht erinnern nach gut das ist aber sehr traurig nein wiedersehen zwar wiedersehen pro herkel das sieht doch noch viel spaß aus was wer immer du bist ein wahres müßliche lage würde ich sagen so würdest du etwas auch mal den armen fertig zurück zu holen muss ich muss ich wirklich vollzeit abläuft okay dieser blöde bär einfach alles kaputt und der blöde der blöde bär will natürlich wiederholig fressen ein war muss natürlich wiederholig sagen lieben blöde der stein sind auch wo nicht und ja naja damit hier sterbt alle stirbt baum stumpf dann ist entkommen ja war ich nur extra eigentlich muss ich nur extra ich glaube einmal verlegt immer wenn ich das spiel spiel da hast du da da ist mir viel um die lachen wer einfach so vorbeigeflogen kommen wird geht nach ich bin auch hier wir müssen jetzt leben von dem mann retten abrufe natürlich honig wo nicht du kannst du es machen du kannst es machen du musst einfach stolz sein du musst einfach stolz sein Zora 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 all to try Zora 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 italien die nie auf Alles sagen wir nicht ich werde wieder die ganze zeit aus der welt katapultiert wie bei atlantica steht bild hat ein ständer hahaha lacht das war witzig und ich werde wieder jedes mal raus katapultiert ich werde auf die weltkarte gebracht mitte nicht auf die weltkarte ok recht geschrien das muss ich so als zensierung machen wenn ich fluche gott von elders kurs wird das war eins in der tat acht minuten genauer gott ich werde ewig feststecken ja als rabbits haus die einzige person nicht halbwegs leiden kann weil er mir am meisten leid tut von all den leuten ja klar und er ist absichtlich da gelandet er konnte ja nicht laufen da muss er mit blöden ballon durchgekriegen was ihr als obdach kaputt gemacht äh eingeladen na es war dämlich das ist ein problem es ist eine sehr bescheuert wir machten das sinn hallo wenn gut hier wäre er wird direkt produzieren dann macht auch physikalisch keinen sinn ich will ja auch noch genug von idiotischen bären und selbstmordgefährdeten eseln esel 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 plural punkt kennt ja der kann immer noch nicht schreiben ich habe ringen ok nein warum ist er eigentlich ein einziger normale tier ja ja die eule auch jetzt brauchen der kuh ist auch ein stofftier hat den sonst noch nie abgehalten davon irgendwie holig zu fressen da ohne skupel oh nein mein honig du hast etwa allen meinen honig gewesen hallo schön ich kennenzulernen was hast du gesagt ist er auch für mich ja und es google jetzt gibt leute ihm mögen wie die pro das ist mein absolutes rät und ich war mir sicher einen sicheren platz dafür gefunden zu haben entschuldigt das ist unsere schuld wir haben ja ja gemacht und hallo so wahrscheinlich wieder zu sehen ich freue mich auch und die sache tut uns sehr leid schon in ordnung ich weiß ja dass du nicht mehr zu halten ist wenn er erst einmal so ungericht ist ist voll der bully entschuldige wer immer du bist gibt es gleich noch mehr gibt es ja auch gut wo alles sein dass du mich ganz und gar vergessen hast was sind alles in der welt ist hier nur los ist noch mehr honig mein bräuchte ankündigt nämlich musst du ja wissen und wenn ich schon gehabt dann ist alles vollkommen egal das muss es sein erst um mich dass sie sich an nichts mehr erinnern kann das denken wir auch nein ich nicht dann lasst uns diese werden ordentlich ruhig auftischen ich würde mich nicht zu sehr obwohl ich würde mich nicht viel aber egal aber ich nach der fuhr hat schon also dein honig gegessen rabbit ich habe noch mehr nutration für den fall der fälle aber ich habe sie zu gut versteckt da ist auch gut dann kommt der wesentlich daran ja er ist auch ein geiles mini spiel muss zugeben muss man nur ausweichen er suche zehn jahre so viel für so werde ich nicht brauchen gleich natürlich sein hat er in den spielen hier ein bisschen anders porträt wird als welche in der serie und im film oder keine ahnung sehen oder film ich weiß auch gar nicht das war ich von bad wie die pro überhaupt ist gibt eine serie das weiß ich war also sprich ein film also ich weiß nicht dann sein hat der ein bisschen anders drauf ist aber keine ahnung für mich haben die spiele die serie irgendwie weil nicht vollkommen versaut das ist ein extra versuch wenn ich getroffen werde dann wieder abgeblockt da kann ja auch nicht schlecht sein das war nicht wie im ballon zu schützen soll aber okay ich glaube dass er ist jetzt weg ist weg die auf nahe nehmen weil die klappe ich gebe dir auch schon genug konigmann ein bisschen mehr haben ich bin wie die fuhr ich weiß nur honig ich bin wie er einfach weg geflogen ist okay diese schrift er kann ich doch von überall her wenn man hat noch mal an alphabeten negastinica oder wenn ich schreiben kann richtig angesichts Pardon me kind somebody, but do you know where I might find another smackerel or two of honey? Oh. Oh, my tummy seems to be telling me there's some honey right in there. Awww. Awww. Mala, I'm stuck. Ah, he still doesn't remember. What in the world has gotten into Pooh-Bear? What in the world has gotten into Pooh-Bear? We better help him. Oh, yes. In quickly, too. Oh, stop and fluff. One, two, three. Awww. 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 You're okay now, Pooh. Well, I wouldn't be so sure of that if I were you. Why? Just look at him. He doesn't even remember who I am. Perhaps it's all this blustery wind. Or maybe he actually needs more honey. Or he's sleepwalking and dreaming. Well, if I am dreaming, which I suppose I could be, I hope that I'll get to the part where you invite me to lunch again very soon! Ja, das stimmt. Du bist immer wieder bei dir für lunch. Warte, Pooh, du hast mich gezeichnet. Na, natürlich, Rabbit. Was über Eeyore? Und du-do-do-do-do-do-do-do-do, Pooh? Oh, hallo, da, Eeyore. Es ist immer so schön, dich zu sehen heute. Danke für dich zu sehen, Pooh-Bear. Und hallo zu dir, auch, jemanden ich nicht weiß. Well, at least you remember Rabbit, Eeyore now. Arsch. Ey. Ich habe noch drei Seiten vor mir. Jetzt habe ich alles nicht ein iPad. Das hält mein Gehirn nicht aus. Ich versuche da, ich will alles so schnell wie möglich. Wenn ich dachte, die Katzen zu lange sind, nur Inhalte Katzen, der macht mich fertig. So einen schaffen wir auf jeden Fall noch. Wieder da rein. Ich glaube, wir haben noch nicht mal alle Sachen da eingesammelt. Wir konnten ja den Rest der Karte ja nicht erkunden. Und wir direkt in die Katzen reingeschmissen. Du meinst, dass wir von diesem Känguru, ich kann mich an fast gar nichts mehr erinnern, ja. Ich versuche, dass hier alles immer so schnell wie möglich zu vergessen. So. Ist hier noch irgendwas? Ne, natürlich nicht. Ey, ich habe den ganzen Weg hier zurückgelaufen. Sag ich, wie lange das dauert. 100 Morgenwald. So, was haben wir hier? Schnaubst du da draußen? Hat jemand gehobt? Kann ich sein. Hi. Well, hello, Sora. Yes. Hello there, somebody I don't know. Eeyore told me, Pooh wasn't quite himself. I thought this might be just what the poor deer needed. Gift? I hope it'll make Pooh better. The chicken's a wonderful thing. The top's embedded a river. Ne, jetzt kommt der auch noch. Etwas genauso schlimm, finde ich. Aha. Das sind alles verdammte kleptomanen. Auch Honig, der ist für mich. Okay. In der Gabi, ja oder nein, sagt es, der gehört jetzt wieder. Leute sind hier am Verhungern und so, aber geht mir den Honig. Magies wäre, die frage ich mir ja nochmal rein. So, gib mir das verdammte Ding her. So, was hätte heißen, dass die Pooh sogar mich vergessen hat? Ja, Tigger. In der Flasche, die du für ein Geschenk gehalten hast, ist Medizin, die Pooh helfen sollte. Ach was, wer braucht schon Medizin? Aber wer hat sich zu sprünge, werden sein Gedächtnis bestimmt auch für sich selber helfen. Und puh, es sieht lustig aus, wer immer du bist. Noch kein Erfolg. Natürlich, wir müssen alle zusammenspringen, das wird helfen. Ja, ich weiß, ich weiß, ich glaube, ich mache das doch alles in einem Part. Boing! Nein! Nein! Ich sage nur, Dreik drücken die Blöde. Aber was? Eigentlich könnte man viel höher springen, aber was soll's? I betcha remember me now, don't you buddy bear? Well, I remember that bouncing always makes me hungry. Oh, that bouncing still doesn't remember me. Well, then I guess bouncing's not the answer. It makes the Tigger almost never want to bounce again. Oh, please be careful with that. Oh, sorry, little Piglet, but Pooh not remembering me has me confusaled. I don't even feel like bouncing. Oh, but Tigger, I always thought that bouncing was what Tiggers did best. Pooh boy! You remember me! You do remember your old buddy Tigger after all! Pooh, 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 Pooh. Pooh, Pooh. Pooh, Pooh. Pooh, 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 Pooh. Pooh. Pooh, Pooh, Pooh. Pooh, Pooh, Pooh. Okay, Kita's done over. I wonder who that is. auch gern soweit vielleicht nicht auch irgendwie vergessen okay das war sehr kurz aber ich glaube dann können wir doch den rest hier machen okay da kommt ja noch alles hier ich weiß gar nicht mehr versteck spiel war im ersten teil ich glaube ja mal schauen wird nächste seite vorletzte glaube ich war jetzt die dritte netten alles noch keine ahnung ihr sagt mir ich habe danach alle seiten okay jetzt kommt jetzt schon eine letzte seite glaube ich nicht so lange nur aus cutscene und wir haben bestehen glaube ich weil sie mich ja okay wir sind schon hier hallo zusammen und wo ist wo er ist eingegangen man sagt ihr hier denkt ihr dass sich da drin vielleicht ein jahr kula versteckt was für ein ding kula wer weiß es erinnert mich an die geschichte als mir mein lieber uhr onkel rupath sagt warum steht hier ja alle rum wenn euch sorgen wer macht das ziehen und suchen ganz genau meine meinung ja lass uns gehen wenn da wirklich ein jahr kula drin ist dann sollten wir uns vorher was überlegen es scheint ja sicher noch hinzuziehen warum erzählen wir der man nicht einfach meine geschichte weiter mein uhr onkel also der bruder meines großvaters was denkst du was wir tun sollten zora eingehen wie blöd seid ihr eigentlich abenteuer eine grusel ja hier war ein finde so schnell wie möglich kann man nicht einfach da drin lassen folgt mir ja dabei sie noch ich brauche eine karte sind mir aufgeschmissen das auf das in bieten da war gab es noch einen weg bisher na ja jetzt war einer wo sie also man kann sich so schnell bewegen aber warte mal er dreht nicht durch okay einfach drüber ja das war mit bienen ja ich hab verdammt erst mal ja alles einsam mann als locker ein overkill wenn das bien wird wieder da habe ich alle trugen sammeln oder hat mich nicht getroffen okay da kam ich okay ja noch hier da war ich da war ich alles los weil ich die schnauze naja was los mit euch sagt känguru wir haben alles nicht wenn die anderen jetzt schon wieder ja so vielleicht immer um die ecke kommen da was geht ganz schön nervig ja wir sind fast ja fällig was looking for a very dear friend that I remember I made a very important promise to so did you find him no I looked and looked but he doesn't seem to be anywhere oh poor boy so dare you are but tigger did you have to bounce me so a bounce oh dear I hadn't thought of that I do hope a Jaguar hasn't gone and gobbled up my friend now try to remember to isn't sorry the one you're looking for oh the Jaguar no it's just your tummy grumbling you must be hungry come on let's head home and see if we can find you some honey I'd like that you've finally remembered remembered what I like it ever so much when you're cheerful ich mag mich er ist alle vergessen dann zu tun als wenn es gewesen ist hatten ich hatte diesen bern so sehr aber die andere aber die gleiche was gegen drei kohlen anstelle von anstelle da brauche ich gesagt nicht mehr so jetzt kriegt die karte ist früher hat dieses schlüsselschwert auf den effekt gab man glücks pose glücksbrust bekommen hat den effekt glücksbrust hat der ding was viel besser war aber naja ist gut wenn man die meisterform auflernen will aber ich habe ja einen trick dafür also ist halt eigentlich nutzlos datei ist nutzlos das macht sogar schwächer als königsanhänger das ist kein gutes zeichen ist glaube ich also schwächsten schlüsselschwert im ganzen spiel macht ja da kommen jetzt noch irgendein mini spiel ich glaube nicht mehr hat mein kontroller mit der uzi gehalten keine ahnung wieso wegen dem fernseher gericht so einer bitte also dann dann gewesen sei nicht raus hier ich halte den immer aus er ist in ordnung so bist du das helfen ja aber ja kurz beschränken wird die ap sagen dass gar nicht ob das noch notwendig ist später also am ende spiels wo ja immer näher herankommen künstlerformel sagen wie ich komme da nicht ran das heißt ja ich muss dann noch mal irgendwann hier ein nein wir kriegen das ding so über bloß kein grund hier noch mal reinzukommen wo bist du was hilft mir ja naja da ist einfach nur weil sie nicht einmal drücken oder so aber so schnell wie möglich erledigt so what were you doing here i was thinking perhaps there's a way to make it so you won't go away you mean a way to make me stay yes would there be such a thing as a way to make it so you don't go away again whoo don't worry i promise i'll come back and visit you now and then could you make it now and now instead that seems a bit better to me asora if i go looking for you will i find you hoffentlich nicht with you right here you don't have to go anywhere just stay here and you can see me anytime you want you mean i just have to stay right here yep that's all would you promise promise i promise too and so do ru and i sure do you're welcome to visit us anytime sora thanks after all i must tell you of my uncle albert's adventures at sea guess you'll be staying a while goodbye sure thanks gopher if you ever get lonely just start bouncing and think of your pal tigger i will tigger you're leaving yes i really have to go well i won't be sad because you'll always be right here forever and ever right sora and all of you are right here too see ya oh god bin ich ehrlich weg ich drehe dich um drehe ich nie wieder andersherum damit man farm nail auf jeden fall hey wir haben es geschafft gut mit dem ipo abgeschossen und ab morgen bald abgeschlossen warum es eigentlich alles falsch geschrieben später element hey wir haben biker hier bekommen okay da hat sich das wesens gelohnt wird dann bleibt nur noch weil er nicht der cup ja der cup in der unterwelt arena einige silhouetten von dem ich bin moment nur eine machen will nächste wäre in twilight town da wir da ja ein story mäßchen kommen wird ein bisschen dauer an jeweils da der radio sieht man gar nicht egal gut dann würde ich sagen ich bin dem part hier wir sehen uns dann in der nächsten folge von that's black kingdom mark 2 final mix ich bleibe mich alle herzlich für zuschauen und sag tschüss bis zur nächsten folge und dann 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 Untertitelung des ZDF, 2020